Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video hier zu OpenHub. In diesem möchte ich dir den Blockly-Editor noch etwas näher bringen. Wir möchten hier in diesem Tutorial-Video einfach eigene Skripte zusammenstecken. Und das sollst du als Neueinsteiger natürlich auch können, damit du dein Zuhause smarter machen kannst. So kannst du deine eigenen Automatismen selber bauen, ohne jemals eine Zeile Code schreiben zu müssen. Gut, vielleicht später kriegst du es noch hin, ein oder zwei Zeilen zu schreiben, wenn es nicht anders geht. Aber das meiste geht wirklich ohne. Hier in diesem Video werden wir einige Beispiele, die ich auch schon auf meiner Homepage niedergeschrieben habe, nachbauen. Und ich werde einfach hier kurz nur noch meinen Cent für ein bisschen dazugeben, was ich mir dabei gedacht habe. Du kannst diese ganz gerne einfach nachbauen und in deine OpenHub-Installation einbringen. Du musst eigentlich nur noch die verschiedenen Items, die dann angesteuert werden, austauschen. Gerne möchte ich auch jeden dazu ermutigen, der schon vielleicht ausführliche Skripte gebaut hat, diese mit der Welt zu teilen. Um gerade Neueinsteiger in die OpenHub-Welt abzuholen und denen einen einfachen Einstieg zu ermöglichen. Auch hilft es gerne jedem ungemein, wenn man mal ein paar Beispiele sieht, damit man seine eigenen Skripte vielleicht noch etwas besser bauen kann. Falls du deine Beispiele mit der Welt teilen möchtest, lass mir gerne vielleicht mal deine Screenshots zukommen. Dann packe ich diese noch auf meine Homepage. Bevor wir jetzt hier mit dem Skripten loslegen, gehen wir als allererstes einmal hin und wählen in unserer OpenHub-Installation hier die Entwicklertools an. Hier drinnen können wir nämlich eine wirklich klasse Erweiterung aktivieren, und zwar diese Sidebar hier. Die Entwickler-Sidebar, wenn wir die aktivieren, ploppt hier rein und von hier aus können wir uns Items rauspicken und dann direkt den Status von Items ansehen, als auch Items teilweise schalten. Das hilft beim Skripten ungemein, gerade wenn man nur einen Monitor hat. Ist diese Leiste hier aktiv, können wir in die Einstellungen wechseln und nun mit dem Skripten loslegen. In den Installationsvideos habe ich ja schon den Unterschied zwischen Rules und Skripten kurz erklärt. Rules laufen zyklisch oder werden durch Events ausgelöst. Skripte sind einfach nur da und brauchen einen extra Auslöser, damit sie laufen. Wer also zum Beispiel einen Status abfragen möchte, der muss hier unbedingt mit Rules arbeiten. Deswegen werden wir alle Skripte, die wir jetzt hier anlegen, im Bereich Rules anlegen. Wenn wir dann im Bereich Rules drin sind, dann haben wir hier momentan noch keine Regeln. Da legen wir jetzt erstmal welche an, also drücken wir hier auf das Plus-Symbol. Wir geben dem ganzen Ding einfach einen Namen. Wir beginnen jetzt hier einfach mal mit den Beispielen von meiner Homepage. Ich hätte hier gerne den Waschmaschinen-Status. Mein Name, dasselbe. Waschmaschinen-Status. Könnt ihr jetzt noch eine Beschreibung einfügen, das lasse ich jetzt mal. Dann brauchen wir natürlich einen Auslöser, wann also das Skript laufen soll. Da ich ja immer abfragen möchte, wann meine Waschmaschine fertig ist, soll dieser natürlich zeitbasiert zyklisch laufen. Also wähle ich hier aus Add Trigger und sage hier ein Time-Event. Meine Waschmaschine ist dumm, deswegen kann ich sagen, sie ist fertig. Ich muss nämlich tatsächlich gleich mit einem Strommessgerät ermitteln. Deswegen brauche ich hier auf jeden Fall den Zeit-Trigger. Als Möglichkeit, hier eine Zeit festzulegen, lasse ich das Ganze on Schedule, also nach einem gewissen Rhythmus quasi. Läufe dann nachher als Cron-Shop und drücke hier auf Build, um hier den Cron-Shop zusammendrücken zu können. Es soll jede 0. Sekunde hier laufen, also dieser Punkt passt. Dann wählen wir den Tab Minuten an und sagen, es soll jede 2 Minuten laufen. Also reduzieren wir das Ganze von 5 auf 2. Bei Stunden sagen wir dann, es könnte jetzt, wenn wir möchten, zu verschiedenen Stunden nur laufen, weil zum Beispiel nachts tue ich keine Wäsche waschen. Ich kann aber auch hingehen und kann sagen, das soll jede Stunde laufen. Dasselbe Spiel mit Tagen, Monaten und ja, das steht aber automatisch schon auf Any. Dann drücken wir hier auf Done und haben hier schon einen Cron-Shop jetzt erstellt, der alle 2 Minuten läuft. Perfekt. Dann drücken wir hier auf Done und haben eben unseren zyklischen Intervall jetzt eingestellt. Nun kommen wir zum Script. Dazu drücken wir hier auf Them und sagen, wir brauchen jetzt ein Script. Und dann sagen wir hier einfach Run Script. Wir wählen dann hier den Design with Blockly Editor aus. Und dann passiert ab und zu mal das. Einfach nochmal hier auf Execute a Given Script draufdrücken und dann macht er den Editor auf. Keine Ahnung, was das soll, aber es funktioniert. Scheint noch ein kleiner Bug momentan zu sein. So, jetzt sind wir im Editor angekommen und jetzt können wir uns komplett austoben. Ich möchte jetzt einfach hier kurz die verschiedenen Beispiele, die ich eben auf der Homepage habe, durchspielen. Als erstes muss ich jetzt hier, um den Status meiner Waschmaschine abzufragen, natürlich ermitteln, welcher Verbrauch momentan die Waschmaschine hat. Denn dort ist ein kleiner Zigbee-Stecker angesteckt, der eben den aktuellen Verbrauch misst. Dieser Verbrauch wird in Watt ausgegeben und ich kann dann zu Pi mal Daumen ermitteln, ob das ganze Ding noch läuft oder schon im Modus fertig ist. Oder im besten Fall auch die Maschine aus ist. Doch, wie mache ich das? Nun, wir haben hier zur linken Seite jetzt verschiedene Kategorien, wo sich immer verschiedene Blöcke drin verstecken. Und hier können wir uns dran bedienen und können uns jetzt das passende Skript zusammenbauen. Ich beginne immer ganz gerne hier oben mit der Logik-Abteilung und ziehe mir hier verschiedene Möglichkeiten raus, um eben Abfragen zusammenstecken zu können. Ich muss jetzt ja erstmal ermitteln, was ist der Verbrauch. Dazu gehe ich hin und nehme mir hier immer gerne den If-Do-Block und ziehe mir den einfach mit gehaltener Maustaste hier in das weiße Feld. Diesen muss ich jetzt ein bisschen mit Leben befüllen. Bei der If-Abfrage muss ich jetzt eben ermitteln, wie hoch ist mein Stromverbrauch. Das Ganze kriegen wir wirklich ziemlich einfach hin, indem wir einfach sagen, pass mal auf, wir brauchen nochmal einen Logik-Block, denn ich muss jetzt einen Vergleich anstellen. Dazu nehme ich hier einfach diesen Block mit dem Ist-Gleich-Momentan drin, also hier ist das, was hier dann sich drin befindet, gleich zu was hier drin sich befindet. Also ziehe ich den auch hier rein. Und die beiden Blöcke können jetzt miteinander verbunden werden, weil die haben ja hier so ein kleiner Nippel dran, um das Ganze eben miteinander zu verbinden. Du siehst auch hier unten so eine Blase, so Blasendinger können eben jetzt hier nicht in solche Steckdinger. Klingt ja wohl logisch. Ist wie ein Puzzle. Okay, jetzt müssen wir eben den Vergleich noch zusammenbauen. Wie kriegen wir das hin? Nun, wir müssen jetzt hier einfach in die leeren Felder den aktuellen Status von unserem Zigbee-Stecker zum Beispiel reinsetzen und dahinter eben ein Vergleichsobjekt. Den Status eines Items kriegen wir hier über die Open-Hub-Kategorie. Hier haben wir nämlich Items und Things. Wenn wir das anwählen, dann kriegen wir hier verschiedene Möglichkeiten eben aus Sachen was auszulesen, als auch Items einen gewissen Status zu verpassen. Wir brauchen hier Get State of Item. Also ziehe ich mir einfach den hier raus und trotz, dass das jetzt eine andere Farbe hat, das macht komplett nichts, weil der Nippel am Anfang, der passt ja, kann ich das hier reinziehen. Und dementsprechend kann ich jetzt hier den Status des Items abfragen. Ich drücke hier einfach auf My Item drauf und jetzt kann ich einfach hingehen und mir mein Item, was ich eben jetzt auslesen möchte, auswählen. Bei mir ist jetzt die Waschmaschine hier im Keller. Da gibt es einen Waschraum und hier ist meine Waschmaschine und hier habe ich mein Item mit dem Verbrauch. Das wähle ich jetzt einfach an und drücke hier auf Pick. Wir sehen automatisch, er hat jetzt My Item gegen Waschmaschine Verbrauch, also den Namen meines Items, ersetzt. Nun muss ich das Ganze noch vergleichen. Um das jetzt hinzubekommen, können wir hingehen und hier zum Beispiel bei Text reinklicken. Denn das sind ganz normale Textfelder und Textfelder funktionieren auch als Numberfelder. Auch wenn das hier jetzt für den Programmierer als String dargestellt wird, es ist tatsächlich auch möglich, Nummern hier einzutragen. Um eben den Verbrauch jetzt in zum Beispiel Watt zu ermitteln. Also ziehe ich mir hier einfach das erste Item, was wir hier haben, raus und auch das passt jetzt hier rein. Jetzt muss ich noch die Ermittlung etwas anpassen und zwar möchte ich ja nicht hier das Gleichzeichen verwenden. Also Verbrauch ist gleich so und so viel Watt, weil das wird die Waschmaschine nie dauerhaft haben. Ich sage hier einfach, der Verbrauch ist kleiner als die eingestellte Wattzahl hier. Und wenn ich jetzt hier sage, die eingestellte Wattzahl ist 1, also der Verbrauch ist wirklich kleiner als 1 Watt, dann soll er mir ein Item updaten, was mir dann anzeigt, hey, meine Waschmaschine ist fertig. Dazu kann ich hier hingehen, bei Item on Things nochmal reingehen und jetzt hier das Item Send Command mir rauspicken. Das da hat ja so eine Blase und eine Delle, deswegen passt das Ganze hier rein. Und jetzt kann ich hier einfach sagen, Send an Command mit dem Inhalt Waschmaschine ist fertig. Und das muss es mir jetzt an ein weiteres Item weiterleiten, das zum Beispiel auf meinem Open Hub Dashboard dann anzeigt, ja, Waschmaschine ist fertig. Also drücke ich hier wieder rein, wähle dann hier wieder im Keller, wo ich es dann zugeordnet habe, bei Waschmaschine eben das Item Status aus und nehme das dann mit rein. So, doch das passt nicht ganz, weil woher will ich jetzt ermitteln, dass das ganze Ding läuft? Richtig, jetzt müssen wir das ganze Skript noch ein bisschen erweitern. Deswegen haben wir hier das Zahnrad hier. Hier können wir draufklicken und weitere Abfragen zu dieser Kette hinzufügen. Ich brauche jetzt hier tatsächlich zweimal das Else If noch. Das muss ich jetzt hier einfach ziehen und nicht hier unten reinfügen, sondern einfach hier zur rechten Seite unter das If setzen. So, dass ich eben zweimal hier jetzt die Möglichkeit habe, Else If Abfragen reinzumachen. Ich werde jetzt hier das, was sich hier befindet, noch einmal klonen, weil ich brauche das jetzt noch zweimal, nur zur Ermittlung von unterschiedlichen Verbraucherstufen. Ich kann jetzt einfach hingehen und kann hier das Ganze kopieren, indem ich hier einen Rechtsklick drauf mache und dann sage ich hier, leg mir ein Duplikat davon an. Dann habe ich hier automatisch meinen Block mit den passenden Itemwerten schon drin und dann kann ich den einfach hier hinzufügen. Selbes Spiel hier oben mit meiner Ermittlung. Den kann ich auch duplizieren und dann da reinpacken und dann habe ich schon mein Skript zusammengebaut. Jetzt muss ich es aber nur noch ein bisschen anpassen, weil jetzt liegt da immer ja nur ein Watt aus. Da meine Waschmaschine ja einen unterschiedlichen Status hat, von wegen sie läuft, sie läuft nur noch so ein bisschen nebenher und schleudert oder sie ist im fertigen Standby-Modus, sind eben die Verbräuche unterschiedlich. Das musst du jetzt selber mal ermitteln mit einem Stromstecker, wie hoch dein Verbrauch ist, damit eben das Skript hier gleich nach deinen Wünschen arbeitet. Bei mir ist es jetzt so, dass ich jetzt hingehen kann und einmal hier, wenn der Verbrauch unter einem Watt ist, dann ist die Waschmaschine nicht fertig, sondern sie ist aus. Und wenn der Verbrauch dann unter 10 Watt ist, ist sie wirklich fertig, weil unter 10 Watt und über einem Watt, dann ist sie tatsächlich fertig und da leuchten dann nur noch LEDs. Und wenn die Waschmaschine jetzt über 10 Watt braucht, also trage ich hier die 10 ein und drehe hier einfach den Vergleichsoperant um, der Wert meines Items ist größer als 10, dann läuft sie noch. Also nochmal kurz um. Wenn der Verbrauch kleiner als 1 Watt ist, schicken wir den Status Waschmaschine ist aus. Ist der Verbrauch über einem Watt, aber unter 10 Watt, schicken wir den Status Waschmaschine ist fertig. Und ist der Verbrauch höher als 10 Watt, dann läuft sie garantiert noch. Also schicken wir den Status läuft noch. Jetzt haben wir schon unser erstes Skript zusammengebaut, war ja gar nicht so kompliziert. Um jetzt zu gucken, ob das Ganze funktioniert, haben wir hier ja die Sidebar uns anzeigen lassen. Hier können wir nämlich jetzt den aktuellen Status von Items ansehen. Dazu drücken wir hier einfach auf Pin Items from Model und dann kriegen wir hier wieder die Möglichkeit, die verschiedenen Items, die wir jetzt hier zum Beispiel für die Programmierung verwendet haben, einfach auszuwählen. Ich gehe jetzt hier einfach kurz in den Keller, hol mir bei meiner Waschmaschine den Status und den Verbrauch mal kurz mit rein und dann sehen wir hier den aktuellen Wert. Meine Waschmaschine verbraucht gerade 200, das sind jetzt 200 Watt, wir haben hier nur keine Angabe, welche Einheit das ist und der Status ist momentan auf Null. Warum auf Null? Ja, das Skript ist einfach noch nicht gelaufen. Von dem her, da gibt es noch keinen Wert. Okay, dann versuchen wir es mal. Also die Waschmaschine läuft auf 200 Watt Grad mit dem Verbrauch, dann müsste jetzt ja hier unten das unterste zutreffen, sprich die Waschmaschine läuft noch. Um das Ganze jetzt zu testen, können wir hier auf Run Now klicken und dann wird das Skript einmalig ausgeführt. Drücken wir mal drauf und siehe da, die Waschmaschine läuft noch. Okay, machen wir noch ein paar Filmtricks. Ich habe jetzt gerade den Verbrauch geändert auf 8 Watt, sprich die Waschmaschine müsste jetzt eigentlich fertig sein. Okay, lassen wir das Skript nochmal laufen. Und tadaa, hier steht jetzt drin, Waschmaschine ist fertig. Perfekt. Und natürlich, um nochmal zu gucken, ob wirklich alles funktioniert, ist jetzt die Waschmaschine aus. Also lassen wir das ganze Ding nochmal laufen und tatsächlich, die Waschmaschine ist aus. Das Skript läuft jetzt ja alle zwei Minuten durch und guckt dementsprechend nach, ist hier gerade der Verbrauch dementsprechend so hoch und muss ich dann meinen Item Status hier ändern. Und das können wir dann auf dem OpenUp Dashboard darstellen lassen. Wir drücken danach, wenn wir mit dem Skript fertig sind, hier oben auf Save, können dann hier wieder zurück. Können dann, falls das ganze Ding hängen sollte, einfach die Seite nochmal laden. Das passiert tatsächlich ab und zu mal. Drücken wir dann nochmal zurück. Und dann haben wir hier eben unser Skript. Das läuft, wie gesagt, jetzt alle zwei Minuten durch und prüft eben nach, ob die Waschmaschine noch im Gang ist. Noch kurz um, wie machen wir das mit dem Status, dass ich mir den angezeigt bekomme? Das ist relativ simpel. Ich habe mir einfach ein Item angelegt, was ein Text beinhaltet. Sprich, ich bin hier auf Model gegangen, bin hier dann in den Keller, in den Waschraum, zur Waschmaschine und habe hier bei der Waschmaschine einfach ein Point hinzugefügt. Und habe bei dem Point dann einfach gesagt, das ist der Status. Kann damit ganze Ding noch kurz den Namen verpassen. Und habe hier bei Type nicht Switch ausgewählt, sondern einfach ein String, also ein Text. Und habe dem Ding noch ein Item-Bildchen verpasst und dann hat sich die Sache schon erledigt. Dann kann ich nämlich hier dieses Item, was ich hier eben habe mit Status, eben mit Text befüllen. Ganz simpel. Das ganze Spiel kann ich jetzt auch für meinen Trockner machen. Um das Video nicht in die Länge zu treiben, erspare ich uns das jetzt. Beim nächsten Skript, was wir uns anlegen, sagen wir einfach, wir hätten gerne eine Art Straßenbeleuchtung. Weil die Straßenbeleuchtung geht ja, wenn es abends dunkel wird, an und wenn es morgen hell wird, aus. Wir können das Ganze ummünzen auf eine Durchgangsbeleuchtung. Zum Beispiel haben wir ein Mehrfamilienhaus, wo im Treppenhaus die ganze Zeit das Licht an sein soll, dass man eben nicht die Treppe runterfällt. Das Ganze kriegen wir hin, wenn wir zum Beispiel einen Lichtsensor eben haben und eine Lampe, die wir schalten können über OpenHub. Das ist halt jetzt die Voraussetzung, das kann ich euch nicht abnehmen, das zu besorgen. Beides habe ich jetzt mal in meinem OpenHub schon drin. Deswegen sagen wir hier ein neues Skript hinzufügen. Nennen das ganze Ding einfach Treppenhaus-Licht. Fügen dann wieder einen Trigger hinzu. Und auch hier ist es wieder ein zeitbasierter Trigger. Und wir bauen uns einen Cone-Job zusammen. Und jetzt muss ich einfach so ein bisschen abschätzen, ab wann ist es denn an dem Ort, wo ich Licht anschalten will, dunkel, dass ich wirklich das Skript laufen lassen kann. Ohne, dass es den ganzen Tag jetzt im Hintergrund prüft, ist es dunkel. Ja, nein. Das würde Ressourcen theoretisch kosten und die will ich jetzt dafür nicht ausgeben. Dazu gehen wir einfach hin und sagen, ja, es soll jede Nullte Sekunde laufen. Nicht jede Sekunde, das wäre ein bisschen zu krass. Sagen hier bei Minuten dann jede Minute. Bei Hours sagen wir dann nicht um 8 Uhr, sondern haken hier mal 8 Uhr ab und sagen hier bei 0, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Uhr. So wie in den Abendstunden, sagen wir mal ab 19 Uhr, soll das Skript laufen. Und zwischendrin, sprich zwischen 7 und 18 Uhr 59 läuft das Skript nicht. Das schonen einfach ein bisschen die Ressourcen. Dann natürlich jeden Tag, jeden Monat, in jedem Jahr. Wir drücken hier auf Done, nochmal auf Done. Und schon haben wir uns jetzt einen Cronchart zusammengebaut, der eben, wenn es dunkel ist, laufen soll. Wir drücken dann hier auf Done und machen uns wieder ein Blockly-Skript. Also Run Script, Blockly, nochmal. Um jetzt zu ermitteln, jetzt müssen wir natürlich wieder ermitteln, wie hell ist es denn in diesem Raum oder draußen. Dazu kann man ganz gut Bewegungsmelder verwenden, weil die haben zum Großteil eben Helligkeitssensoren mit drin, die eben die Umgebung messen können. Das Ganze habe ich auch. Ich habe einen Philips Hue-Bewegungsmelder da. Der hat neben der Helligkeit eben auch die Bewegung mit drin, als auch zum Beispiel Temperatur. Das müssen wir natürlich jetzt wieder ermitteln. Wie hell ist es denn? Also gehen wir wieder hin. Ein Logikblock mit meiner If-Do-Abfrage. Holen uns hier wieder den Item-Status. Deswegen GetStateOfItem. Wir brauchen noch einen Vergleichsoperant. Der hier. Und den müssen wir natürlich noch mit einem Wert befüllen. Also brauchen wir hier den Textbaustein. Fügen wir den hier rein. Perfekt. Und ziehen das hier mal rein. Als Item wählen wir hier natürlich was aus. Und zwar meinen Bewegungsmelder. Der hat nämlich den Helligkeitsstatus mit drin. Wir haben ja gesagt, wir haben hier im Haus ein Treppenhaus. Und hier ist mein Helligkeitssensor. Da ist mein Item mit dem Helligkeitssensor. Das holen wir jetzt. Und dann müssen wir dem jetzt noch einen Wert mitgeben. Allerdings möchte ich hier sagen, wenn der Wert kleiner ist, als das, was ich hier eintrage, dann ist dunkel. Hier kann ich euch jetzt keine direkte Vorgabe geben, weil die Sensoren sind unterschiedlich. Die lesen unterschiedliche Werte aus. Und jetzt müsst ihr eben ermitteln, ab wann ist bei euch dunkel und was für einen Wert zeigt dann euer Sensor an. Zum Beispiel bei meinem Philips Hue Sensor gibt es einen Wert Lichtstärke. Für meinen Empfinden kann ich dann sagen, wenn der Wert unter 15.000 ist, ist es soweit dunkel genug, dass man Lampen anschalten kann. Bei euch kann es ein anderer Wert sein. Das müsst ihr jetzt eben selber mal herausfinden, indem ihr einfach auf den Status des Items guckt und dann mal in eure Umgebung guckt. Ist es jetzt dunkel oder ist es nicht dunkel? Wir können es hier mal mit ein paar extremen Werten machen. Also lassen wir es mal hier bei den 15.000. Wenn also mein Helligkeitssensor einen Wert unter 15.000 hat, dann mach folgendes. Er soll mir jetzt natürlich das Licht einschalten. Also gehen wir hin und sagen hier bei Items and Things send ein Befehl. Diesen setzen wir hier dann bei Do hin. Also wenn die If-Abfrage zutrifft, dann schick hier ein Befehl ab. Hier sagen wir einfach, schalte die Lampe ein. Also hier in dem Normalfall können wir das mit dem Befehl On machen und ausschalten mit Off. Das funktioniert in der Regel mit allen schaltbaren Gegenständen. Und bei Item wählen wir jetzt einfach unseren Schaltaktor für die Treppenhausbeleuchtung aus. Also Haus, Treppenhaus, Beleuchtung, Lampenaktor. Okay. Dann kann ich hier wieder auf Save drücken. Was jetzt leider vorhin verschwunden ist, ist meine Entwickler-Sidebar. Die holen wir uns ganz kurz wieder. Gehen dann wieder in die Einstellungen. Holen nochmal unser Skript. So. Und dann wähle ich hier mal ganz kurz nochmal die Sensoren aus, um die es sich jetzt dreht. Und also Haus, Treppenhaus, Beleuchtung, einmal den Lampenaktor und einmal den Helligkeitssensor. Beide sind jetzt momentan noch auf Null. Die sind frisch angelegt. OpenHub hat noch keinen Wert dazu. Okay. Das passt. So. Ich mache jetzt mal dunkel. Wir sehen, ich habe jetzt hier den Wert 1, 2, 3, 4, 5. Also 12.345. Sprich, in meinem Skript heißt das, es ist dunkel. Es ist nämlich unter 15.000. Also lasse ich mal kurz mein Skript laufen. Lasse ich das laufen. Sieht das? Oh, der Wert ist kleiner. Okay. Schalten wir mal das Licht an. Jetzt kommt wieder der Film-Trick. Jetzt ist hell. Weil jetzt ist es mitten am Tag und die Sonne scheint da rein wie blöde. Also haben wir jetzt einen riesengroßen Wert von 62.345. Was sollte passieren? Richtig. Nichts. Warum? Weil wir noch nichts definiert haben, dass, wenn der Wert höher ist als das Eingestellte hier, dass das auf jeden Fall wieder ausmacht. Hier können wir jetzt hingehen und ein zweites Skript bauen, um zum Beispiel zu sagen, Punkt 7 Uhr schaltest du aus. Wir können aber auch hingehen und sagen, wenn es die Straßenlampenbeleuchtung ist, also wenn es hell wird, soll es automatisch ausgehen, unabhängig von der Zeit, müssen wir das Ganze noch hier hinzufügen. Also können wir hier wieder auf das kleine Zahnrad gehen, noch ein Else-If machen und die beiden Blöcke, die wir hier jetzt schon angelegt haben, einfach kopieren. Also rechtsklick, Duplicate, hier hinzufügen, den hier auch nochmal, Duplicate, hinzufügen. Allerdings müssen wir jetzt hier einfach hier unten das Ganze noch abändern. Wenn der Wert größer als 15.000 ist, dann schalte mir die Lampen aus mit dem Befehl auf. Auch der ist so ein Standardbefehl, der eigentlich bei allen OpenHub-Items funktioniert. So, wenn ich jetzt das ganze Skript laufen lasse, weil wir haben ja hier den schönen hellen Wert, dann sollte die Lampe ausgehen. Jawohl, der Lampenaktor wird ausgeschaltet. Natürlich, um das Ganze zu vervollständigen, können wir auch hingehen, falls wir hier mehrere Lampen haben, dass wir einfach hier wieder bei Items und Things reingehen und diesen Send-Command-Befehl einfach hier nochmal drunter setzen. Somit können wir problemlos mehrere Lampen einschalten oder auch vielleicht irgendwo noch einen Status hinschicken, dass dieses Skript jetzt gelaufen ist und zum Beispiel die Lampe eingeschaltet wurde. Das ist alles kein Problem. Belassen wir es allerdings nur hier mal bei dieser einen Lampe. Ich habe jetzt nur einen Aktor für meine Treppenhausbeleuchtung, deswegen passt das. Also speichern wir das Ganze ab, gehen wieder zurück und können hier aus Sicherheitsgründen einfach nochmal auf Speichern klicken. Und jetzt haben wir eben ein Skript, was immer nachts läuft und eben dann das Treppenhauslicht einschaltet. Selbes Spiel mit zum Beispiel einer Klimaanlage. Wir haben einen kleinen Serverraum, wo wir eben ein paar Geräte vielleicht drin stehen haben, dort ist warm und dort gibt es eine einfache Klimaanlage, die, wenn es zu warm wird, sich einfach einschaltet und dann den Raum runterkühlt. Also machen wir noch ganz kurz eine Temperaturüberwachung. Das kriegen wir auch hin, indem wir hier ein Skript hinzufügen. Ich nenne das jetzt einfach mal Serverraum Temperatur. Füge hier als Trigger wieder ein zeitbasierter Trigger hinzu. Sage auch hier, dass wir es einfach haben. Alle zwei Minuten. Und bei then machen wir wieder ein Blockly-Skript. Das machen wir jetzt wirklich sehr schnell durch. Da habe ich jetzt das meiste schon erklärt. Ist auch wieder relativ simpel. Wir gehen hin, holen uns einen neuen Block zum einer If-Do-Abfrage bauen. Wir brauchen noch ein Vergleichsoperant wieder. Und dann unsere Items. Hier brauchen wir wieder Get State of Item. Allerdings jetzt kein Textblock, dass wir hier was eingeben können, sondern ich will das ein bisschen variabler gestalten, weil ich dann sagen möchte, im Sommer ist es eh allgemein wärmer, also muss die Klimaanlage vielleicht dann nicht laufen oder nicht zu stark laufen, weil ich dann die Temperatur in meinem Raum eh allgemein etwas anhebe. Deswegen gehe ich hin und sage hier nicht, ich brauche das Text-Item, sondern ich brauche ein Item aus meiner Open-Hub-Installation. Und zwar Get State of Item noch einmal. Aber jetzt kommt der Trick an der Geschichte. Bei Get State of Item, die erste, wähle ich hier einmal meinen Temperatursensor im Raum aus. Also gehen wir hier mal ins Haus, gehen wir hier ins Erdgeschoss, Serverraum, Klimaanlage und wählen dann hier den Temperatursensor aus. Und wer jetzt schon gespickt hat, der hat gesehen, was wir hier jetzt einfügen. Und zwar wollen wir hier den Wert des Temperatursensors oder dagegen einen Wunschwert, den wir einstellen, vergleichen lassen. Deswegen gehen wir hier nochmal rein. Nummer 1 Haus, Erdgeschoss, Serverraum, Klimaanlage, Raumtemperatur. Sagen wir einfach, das ist so ein Auswahlgerät, was an der Türe hängt, wo ich eben einstellen kann, wie warm es im Raum sein soll. Ganz einfacher Temperaturregler. Oder ich kann es auch über mein Smartphone zum Beispiel machen. Also wähle ich das aus. Und wenn ich jetzt einfach sage, vergleiche ich mir das, wenn der Wert des Temperatursensors höher ist, als das, was ich eingestellt habe, dann gehe ich hin und schalte mir die Klimaanlage an. Haben wir hier die Kühlung zum Beispiel. Dann schaltet er es an andernfalls. Deswegen brauchen wir hier wieder ein Else-Block. Also nicht Else-If, sondern einfach nur ein Else-Block. Dann haben wir hier keine weitere Abfrage mit drin. Andernfalls schalte ich mir das ganze Vorwerk einfach wieder aus. Perfekt. So, um das Ganze wieder zu überprüfen, kann ich hier meine gepinnten Icons wieder rauswerfen und kurz die vom Serverraum reinladen. Also gehen wir hier ins Haus, gehen ins Erdgeschoss, gehen in den Serverraum, haben wir hier die Klimaanlage und holen uns einfach die drei Items. Wir sehen momentan, ich habe hier einen Temperatursensor, der liest aktuell 25 Grad aus. Die Raumtemperatur habe ich jetzt momentan noch nicht eingestellt. Also tun wir das mal. Ich drehe jetzt mal am Rad und stelle das ganze Ding auf 26 Grad. Ich hätte also gerne 26 Grad Raumtemperatur. Ist sehr warm, aber fürs Beispiel soll es ja mal reichen. Wir füllen das Ganze aus und siehe da, die Kühlung bleibt aus oder geht aus. Okay, es wird nun warm. Mein Server, der läuft mega stark und braucht extrem viel Power. Also wird es im Raum auch allgemein warm. Dementsprechend haben wir 28 Grad jetzt im Raum. Das ist schon ziemlich heiß. Also lassen wir das Skript nochmal laufen. Und tadaa, die Klimaanlage geht jetzt an. Kühlt den Raum theoretisch wieder runter. Wir haben dann eben nachher wieder einen Wert, der kleiner ist als 26. Und dementsprechend geht die Klimaanlage wieder aus. Perfekt, das funktioniert also auch. Wir drücken hier auf Speichern. Und dementsprechend haben wir jetzt eine Klimaanlagenüberwachung drin. Aber lasst uns das ganze Ding doch noch etwas, ich sage mal, komplizierter bauen oder vielleicht etwas besser bauen. Deswegen gehen wir eigentlich hier einfach nochmal rein. Das ist nämlich ein ganz gutes Beispiel hier mit der Klimaanlage. Denn momentan wird das ganze Ding ja so laufen, wenn die Temperatur eben in die eingestellte Zieltemperatur reinläuft, dann geht ja die Klimaanlage aus. Was ist, wenn ich aber jetzt zum Beispiel die Klimaanlage weiterlaufen lassen möchte, dass die Temperatur noch ein bisschen weiter sinkt und die Klimaanlage dann wieder längere Zeit ausbleiben kann? Nun, da müssen wir das Skript hier ein bisschen umbauen, damit das Ganze sauber funktioniert. Ich mache das hier gerade mal ein bisschen kleiner, dass es hier besser auf den Monitor draufpasst. Jetzt müssen wir tatsächlich noch kurz mit Variablen arbeiten, denn wir können das Ganze leider nicht sonderlich einfach in eine OpenHub-Blockly-Skript-Sache einbauen. Unsere Abfrage hier bleibt erstmal gleich. Also wir fragen ab, was ist der aktuelle Wert des Items? Also wie warm ist es im Raum? Und wie warm soll es im Raum sein? Und wenn es zu warm ist, dann macht das Ding an. Bei Else müssen wir allerdings jetzt die Abfrage noch mal etwas erweitern. Darum ziehe ich jetzt mal diesen Block noch mal raus mit dem Ausschalten. Den müssen wir nämlich jetzt in eine neue Unterabfrage einbauen. Dazu brauchen wir hier noch mal bei Logik eine If-Do-Abfrage. Wir fügen dann hier den Ausbefehl einfach bei dem Do schon mal hinzu. Und jetzt brauchen wir hier in der oberen Else-Abfrage zwei Variablen. Variablen sind einfach Felder, die wir frei mit Informationen bestücken können und nachher eben an einem anderen Ende des Skripts abfragen können. Dazu drücken wir hier auf Variablen und erstellen hier eine neue. Dann kriegen wir hier so ein neues Fenster, wo man dem ganzen Ding einen Namen geben. Wir legen eine neue Variable an mit der aktuellen Temperatur. Und drücken dann auf OK. Wir kriegen dann automatisch hier drei Blöcke zur Verfügung, mit denen wir jetzt weiterarbeiten können. Wir brauchen hier den Set-Block. Diesen können wir uns rausziehen und hier in die Else-Abfrage reinpacken. Diese Variable müssen wir jetzt mit Inhalt befüllen. Deswegen passt hier ein kleines Puzzleteil noch mit dazu. Denn die Variable hat erstmal momentan keinen Wert. Um die jetzt mit einem Wert zu befüllen, gehen wir hier in dem Fall hin und sagen, hey, wir brauchen hier die aktuelle Temperatur des Raumes. Deswegen gehe ich hin und gehe hier bei Items and Things rein. Und sage hier wieder Get State of Item. Ich füge das hier hinzu. Und wähle hier wieder die Temperatur aus von meinem Raum. Und jetzt befülle ich nämlich die Variable mit dem Wert, was aktuell meine Raumtemperatur ist, wenn ich das richtig ausgewählt hätte. Und damit kann ich jetzt gleich weiterarbeiten. Warum machen wir das? Weil wir nachher den Vergleich sonst nicht hinkriegen. Ganz einfach. Ihr seht es nachher, wenn wir es fertig haben. Ohne diese Variable kriege ich den Vergleich momentan nicht hin. Ansonsten hätten wir es einfach mit zweimal Get State of Item bauen können, aber das funktioniert leider nicht. Wir brauchen nämlich jetzt noch eine zweite Variable, also wieder in Variablen rein. Eine neue erstellen. Wir nennen es einfach Zieltemperatur. Kriegen dann auch hier eben wieder die passenden Blöcke dazu. Erfasst das jetzt nur zusammen. Wir haben hier dann so ein kleines Dropdown-Feld. Darum können wir hier dann die Variablen auswählen. Deswegen kriegen wir hier nicht drei neue, sondern nur ein neues Item mit dazu. Wir sagen hier wieder Set. Dann kann ich hier das eben auswählen. Das ist richtig cool. Dann sagen wir hier die Zieltemperatur. Ist ebenfalls wieder aus einem Item auszulesen. Ich packe das Ganze hier hin. Sagt dann hier wieder aus meinem Haus. Erdgeschoss, Serverraum, Klimaanlage. Die Raumtemperatur, die ich einstelle, ist hier meine Zieltemperatur. Und jetzt kann ich hingehen und hier unten meine neue if-do-Abfrage noch fertig bauen. Hier brauche ich jetzt nämlich wieder eine Logik, einen Vergleichsoperant. Und jetzt kann ich hingehen und die zwei Variablen, die ich hier habe, miteinander vergleichen. Dazu gehen wir einfach hin. Wir haben hier die aktuelle Temperatur. Die können wir hier reinfallen lassen. Und wenn die jetzt kleiner ist als die Variable Zieltemperatur, dann schaltet das ganze Ding aus. Wir können das noch erweitern, weil wir haben ja gesagt, er soll weiter runterkühlen, damit der Raum kühler ist und die Klimaanlage länger ausbleiben kann. Indem wir hier einfach ein bisschen Mathe machen. Dazu gehen wir hier bei Mathe rein und sagen hier einfach, ja, mach mir hier eine einfache Rechnung. Nicht 1 plus 1, sondern meine Zieltemperatur schmeiße ich da rein. Und die soll dann zum Beispiel einfach minus 2 sein. Wir können auch minus 3 oder nur minus 1 machen. Das ist dir überlassen. Und schmeiß dann die Rechnung hier einfach rein. Wenn also meine aktuelle Temperatur kleiner ist als die eingestellte Zieltemperatur minus 2, dann macht das ganze Ding wieder aus. Ich muss nur noch diesen gesamten Block in die Kette reinziehen, und zwar hier drunter, damit das funktioniert. Und somit läuft unser Skript wie folgt ab. Wenn die Temperatur im Raum größer ist als die eingestellte Zieltemperatur, dann schaltet das ganze Ding ein. Ansonsten ermittle hier kurz die Variable der aktuellen Temperatur und die eingestellte Zieltemperatur aus den beiden Items hier. Und geh dann in deine neue Kette, wenn die ausgelesene Temperatur kleiner ist als die eingestellte Zieltemperatur minus 2, schalt die Klimaanlage wieder aus. Wir drücken hier auf Speichern. Und dann können wir das ganze Spiel mal durchspielen. Momentan haben wir 28 Grad im Raum. Eingestellt sind 26. Dementsprechend ist die Klimaanlage ja an. Wir kühlen runter. Es hat jetzt noch 26 Grad. Ich lasse mal das Skript laufen. Er bleibt immer noch an. Warum? Er müsste mindestens jetzt 24 Grad im Raum messen können, damit die Klimaanlage wieder ausgeht. Also kühlen wir weiter. Wir haben dann auf einmal nur noch 24 Grad. Lassen das ganze Ding nochmal laufen. Und, hm, er bleibt immer noch an. Ja, warum denn? Ja, er muss kleiner sein als 24 Grad. Also kühlen wir weiter. 23 Grad haben wir jetzt erreicht. Und, Bombs. Die Klimaanlage geht aus. Doch was passiert jetzt, wenn es warm wird? Nun, ja, jetzt läuft es wieder. Mein Server läuft ja immer noch auf Vollgas. Berechnet irgendwelche komischen Sachen. Jetzt aber wieder 25 Grad. Lassen wir das Skript laufen. Nichts passiert. Warum? Ja, hier oben sagt er immer noch, ja, interessiert mich jetzt nicht, weil es ist ja noch nicht größer als die eingestellte Raumtemperatur. Also gut. Selbe Spiel auch bei 26 Grad. Macht er immer noch nichts. Hm, ist er noch nicht warm genug. 27 Grad? Oh, stimmt. Jetzt ist es warm. Also mache ich das ganze Ding wieder an. Und somit geht das Spiel wieder von vorne los. Wir können dann wieder hier speichern, zurückgehen. Und jetzt wird eben alle zwei Minuten überwacht und die Klimaanlage dann dementsprechend geregelt. Zu guter Letzt werde ich noch ein wirklich wichtiges Skript mit euch zusammen bauen. Was wir noch nicht gemacht haben und was in OpenUp auch nicht so einfach zum, ja, durchklicken ist. Dann müssen wir tatsächlich das Ganze mit einem Skript erledigen. Und zwar möchten wir noch schnell einen Bewegungsmelder haben. Ein ganz einfacher Bewegungsmelder, der zum Beispiel eine Wegbeleuchtung aktiviert. Dazu gehen wir hin. Legen nochmal ein neues Skript an. Nennen das ganze Ding einfach Bewegungsmelder. Und beim Trigger gehen wir jetzt hin und sagen hier keine zeitbasierte Sache, sondern ein Item muss sich verändern. Deswegen sagen wir hier Item Event. Gehen hier in den Keller, Waschraum. Und dann habe ich hier meine Deckenlampe. Und die hat einen Bewegungsmelder. Den zapfen wir an. Wählen wir den aus. Und dann können wir nämlich sagen, was passieren soll, wenn dieser einen neuen Status schickt. Wir können hier sagen, entweder wenn OpenUp an sich einen Befehl empfängt, soll er was machen. Wenn der Befehl aktualisiert wurde oder wenn es verändert wurde. Und je nachdem, was wir hier eben auswählen, ändert sich hier unten die Möglichkeit, etwas anzugeben. Also ich benutze auch ganz gerne den Changed-Status, also verändert von Wert A nach B. Dann kann ich hier sagen, from State of to State on. Also wenn er vom ausgeschaltenen Zustand in eingeschaltenen Zustand geht, weil jemand durch den Raum durchläuft, dann soll das Event hier getriggert werden. Wir drücken hier auf Done. Gehen dann wieder zu Actions. Und dann hier wieder ein Skript mit Blockly. Und jetzt kommt die einfache Erklärung, warum ich das jetzt so mache und nicht einfach sage, hey, pass auf, dann schalten wir doch einfach gleich den Lampenaktor ein. Ganz einfach. Ich habe keine Zeitsteuerung dadurch. Manche Bewegungsmelder können einfach nicht sagen, hey, wenn ich ausgelöst wurde, bleib für 30 Sekunden lang an. Das muss ich jetzt selber hier kurz nachbauen. Darum ganz einfach. Ein sehr schnelles Skript wieder. Logik. Wie was er vergleicht. Ich nehme einfach den Block, dass ich nochmal ein bisschen mehr Sicherheit habe. Ich sage da noch einmal, if getStateOfItem. Ich brauche dann wieder hier einen Vergleich. Wenn mein Item gleich on ist. Bei Item wähle ich dann wieder meinen Bewegungsmelder aus. Der befindet sich hier im Waschraum. So. Dann schalte mir mein Licht ein. Also Items und Things. Send Command. Sende den Befehl an. Zu. Zu meinem Aktor vom Licht. Und dann haben wir das erledigt. Das Problem dabei ist, jetzt geht es noch nicht aus. Um das Licht jetzt wieder auszuschalten, können wir hingehen. Können hier bei Timer und Delays einen Wait-Timer uns besorgen. Ziehen den einfach hier drunter. Und den läuft in Millisekunden. Also haben wir jetzt hier momentan eine Wartezeit von einer Sekunde. Ich möchte jetzt einfach hingehen und sagen, ja, keine Ahnung, bleibt mal 45 Sekunden an. Solange eben im Waschraum ja ein bisschen Bewegung ist, lasst das Licht an. Es kann ja sein, jemand legt noch die Wäsche zusammen oder räumt gerade die Waschmaschine ein oder aus. Was auch immer. Nach diesen 45 Sekunden gehst du hin, soweit keine Bewegung mehr erkannt ist und der Bewegungsmelder vielleicht wieder auf den Zustand ausgesprungen ist. Und schaltest mir mein Licht aus. Also kopieren wir kurz diesen Block. Fügen den einfach hier drunter. Und schicken noch den Ausbefehl dann hinterher. Also ganz einfach. Hol dir den Status vom Bewegungsmelder. Ist der an? Wenn ja, schick den Befehl Lichtaktor ein. Warte anschließend wieder 45 Sekunden. Und dann schick den Befehl aus zum Lichtaktor, dass das Licht wieder ausgeht. Wir speichern das Ganze ab. Holen uns dann hier noch kurz die neuen Items dazu. Zum das probieren. Und das bequeme ist, ich kann es jetzt hier aus, direkt auslösen. Ich habe hier meinen Bewegungsmelder. Ich laufe in den Raum rein. Das Skript rennt los. Der Bewegungsmelder meldet ja ist an. Wir sind wieder aus dem Raum rausgelaufen. Keine Bewegung ist mehr da. Jetzt müssen wir kurz 45 Sekunden warten. Und dann geht das Licht auch wieder aus. Wenn wir warten, möchte ich natürlich jetzt noch das Video zum Ende bringen. Denn wir sind jetzt eigentlich mit meinen Beispielen, die ich habe, durch. Ich hoffe, ich habe dir jetzt den Einstieg in den Block.editor etwas erleichtert. Und du kannst jetzt deine eigenen Skripte zusammenbauen. Wie am Anfang erwähnt, würde mich sehr freuen, wenn du einfach deine Beispiele mal irgendwo niederschreiben könntest. Und uns eben mit der Welt teilen könntest. Dass du eben Neueinsteigern in die Open Hub-Welt noch ein paar Beispiele geben kannst, damit die sich ein bisschen dran langhangeln können, um eben ihre eigenen Skripte bauen zu können. Wir sehen ja jetzt auch hier, das Licht geht auch wieder aus. Weil man hat es einfach einfacher, wenn man mal eine Vorlage hat, die einem zeigt, so könnte das dann funktionieren. Wenn man einfache Beispiele hat, wie jetzt hier im Bewegungsmelder, dann fällt einem auch das weitere Denken deutlich einfacher. Bis dahin hoffe ich mal, dass das etwas länger gewordene Video hier gefallen hat. Wenn ja, lass das Däumchen nach oben da, hinterlass ein Abo, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Und empfehle natürlich dieses Video an deine Freunde weiter, soweit die auch ein Smartphone einrichten möchten und sich mit dem Block.editor auch auseinandersetzen müssen. Bis dahin, hau rein!